ja da ist das geschehen von meintracht abgurten er hat geordnet was haben wir abgurten 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 weiterer den möglichen macht erst ich habe noch vier Herzen. Ne, fünf Herzen. Alter. Alter, wie viel macht das? Oh mein Gott, ich hab kein Wasser. Leer, Leer. Hey, Alter. Hä, dreieinhalb. Oh, ich war mir schade als du. Okay, Leute, ihr habt gemerkt, unsere beiden Rüstungen ist kaputt. Nur bei ihm, nur bei mir, glaub ich. Leer, ja, Leer. Gebt mir einen Teil der Rüstung. Weil wir, weil wir müssen in die Höhle gehen und Eisen holen. Denn Leer hat unser ganz Eisen von Ambos verbraten. Ich gehe Eisenhöhle. Ich gehe Eisenhöhle. Ja, aber ich komme mit und da hat man zerschnitzeln. Der heißt wirklich so ein bisschen mehr sehen. Ja, geht mal, ja. Aber geht wieder. Abgezogen. Nein, schon wieder heiß. Schon wieder heiß. Nein, Leer. Ja, ich habe einen Stein. Ich werde nicht so gerne, es zu benutzen. Mike, soll ich schlagen? Nein, nein, nein. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir. Ist dann wohl. Wo war der Eingang? Wo war der Eingang? Hier, Leer. Hier, Leer. Leer. Hier, Leer. Hier, Leer. Hier, Leer. Ich hab kein Essen mehr. Ich geh nicht mit dem Schweine killen. Tschüss. Okay. Nee, ich kill für Hühner. Äh, nee, Hühner farmig. Nur, ich hab Gott gekillt. Tschuld. Tschuld. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich kann den Berg nicht so runterspringen wie sonst immer. Ganz toll. Ganz toll. Wieso muss es doch meine Rüstung immer kaputt machen? Oh, ich sehe einfach alles gerade. Wieso? Nein, weil ich mein Gamma hochgestellt habe. Was ist Gamma? Was ist Gamma? Was ist Gamma? Was ist Gamma? Gamma isda. Was war? Was war? Was war mit deinem Wiesdala? Wir sind nachts. Und ich suche nach Essen. Ich bin weit weg. Okay, nicht mehr. Aber ich bin weg von uns im Haus. Und das ist... Wir sind Clay und wir können Blumentöpfe daraus machen. Und dann unsere... Nein, Bau das Clay mal ab und das Clay mal ab und zu das in die Kiste. Ich hab Labis wieder gefunden. Okay, super. Ich hab eine Steinstocknis in Pointe Ja, ich hab Goldgefunden, aber keine Eisensp mat猿 dabei. Klaus ist dann wohl ist die Klinik also wenn er gleich vorkommt dann ist es richtig oft er ist ein sehr guter Klinik nicht gut für den Entspannter Raum benutzen ja ja ich habe nur einst der ein Hühnchen und ich muss nach hause rennen ich renne jetzt nach hause und dann verschuldet und dann gehe ich schlafen und Leon geht sich eben auslogen du kämpfst einfach ganz nacht im Haus weil ich komme jetzt auch zurück ja dann tut ihr was braten ja das ist ein Leon ey wieso konnten hier ein Babyzombie oh Gott scheiße scheiße ich werde erstmal unser Claybrat und dann draus die Blöcke machen scheiße steck dich hoch Leon steck dich hoch äh ich muss mich grad vom Skelett hochstecken was nicht grad schlau ist ja und ich war dein Haus weiter okay? ja ok gut nein doch mach ich grad ich bin wir scheinen Alter ich werde wurde raus und geliebster ich hab den Sachen gesündet fertig gemacht da hoffen wir stolz auf mich denn das ist der peter der ist da warte 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 hier haben wir für die leute die das nicht wissen das ist unser grabstein ripp peter der starb war ein ace von leon nein woran stapeln wir hier das nächste mal wenn wir einen villager zombie finden bauen wir dem ein richtiges gehegen genau auch leon ja haben wir ein bisschen mehr wir haben wir haben da und es gibt es da ja was ist vor das ich freue mich bis zu fünf dann es ist ein kleid besagt er hat das war jetzt er ist schießt Anni Clay's Ton ja das macht man aus Kies nicht aus Ton das hat Klinge gesagt, Clay's Ton Sorry, ich bin mir in mit englisch und nein, es ist einfach wirklich nach der Seite I can be a home Zombie Villager schön für dich hol den Goldapfel von Peter oh ja, warte Leute, ich werde verrecken denn du hast ein Skelett und Leon will ja, dass ich hier stehe hab ihn ich nehm ihn aber die machen eh erstmal Dings krank hä, nein jeder kann man mit Leon, da ist eine Hexe nee, das ist keine Hexe ich kenne den Creeper, auch wenn ich lobe auch wenn ich richtig lobe bist du denn hinter dir na hier, vor dir Oxi, schön runter, geil ja geil, hey, was geht, man da hin ich kill, ich kill ah, Lern, Lern du hast mich geschlagen, Digga, du hast, ich hab keine Rüstung, man was geht, man ja, nein, das ist normal zum kill ich eben wenn ich einfach das Fleisch von dir ah, Lern, der will jetzt auch nicht befrügt mich fliegt warte kurz mehr Lern, Aua, der macht zwei Herzensschaden scheiß ich bin, ich bin jetzt im Dings abwundern hier, Lern, schau, das passt dazu Mike rennt ganz weit weg, rennt ganz weit weg so target es Mike, du sollst wegrennen, man ja, ich geh aus ja, da darf ich, könnte er dich nicht mehr target, oder? nein, kann er nicht es ist ja, er ist ja nicht schlau es ist jetzt mal wieder auf mich getan geht Hallo so Leute, wir machen unsere ersten Dricks hi oh, wie baut man die sich leer ach so, vierer ich dachte jetzt alle ja, endlich, danke ich hab sieben Dricks ich hab sieben Dricks ich bin, ja, geil geil Leon, viel Spaß, ne ich bin, ich bin, ich bin hier drin ja so, jetzt mich erst mal ich hätte dich essen goldapfel und goldapfel Leon, wo ist unser Ramm ja, nicht mit Skugelfisch puffen mehr, ok wo ist unser Ambus? Leon, wo ist unser Ambus? ich hab ihn mitflogen wieso ja, ich verhunge gerade wirklich Lerner ist eingebaut ich habe na ja okay ich habe schon so das kann ich noch nicht erstmals gewissen verräumt gleich mehr muss ja nicht irgendwie mehr ich habe nur noch eins pp ich hab jetzt mehr auf einmal hier ja hier hab ich die Bricks mit zu haben schauen wir mal her die sind richtig geil aus gut auf mich zu boxen ich hab kein Essen ich geh jetzt schlafen du gehst eben auch ganz kurze fünf Sekunden zwei drei vier fünf ja und machst du wie das wenigstens klinge so jetzt hol ich erst mal ein bisschen Essen weißt du was mir auch gerade aufgefallen ist so dass gerade ein Skelett verreckt ja das ist ein Creeper der sieht mich glaube ich jetzt sieht er mich wenn ich sie da rangehe ne Mike ist sehr schlau ja ja das ist noch ein Creeper super lea die ich bin ein Creeper umgeben zu ihm wieso explodierst du ich war aber voll weg mann ey du machst alles kaputti putti kaputti wo warst du und hier ist noch ein Leon zwei Creeper sind da easy komm ich mach ich mach Rioro komm her auf der liege auf der ich will das Projekt beenden ich habe mich keine Rüstung mehr das macht keinen Sinn und wie ist du denn shit 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 leo 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 ahhh die verrecken man die zerrecken verrecken bam zwei Gunpowder drei wie sogar easy siehst du die haben so rackt man heute man heute verrecken so erstmal ein bisschen schweinefleisch ein bisschen schweinekühl egal ob wir nicht mehr viel haben ich brauche einfach essen ja das ist nicht scheißegal ich geh bis so weiter weg ok man suche mal Türe wir sind Hühner das ist gut egal was die Türe wir müssen einfach alle töten ja kannst du dich machen wie geht's Franz Franz? wer ist Franz? ey Franz ist einfach auch tot was wird Franz? er bin ein Hitler-Zompy ach so easy siehst du warum die alle ja weil so kein Name-Tag gibt's wenn du die Name-Tag T-T-Tag gibt's was? ja ich bin damit Mike ich? ja du niemals ich bin ja so sattelnd an äh naja ey die Fünfte ist schon zu Ende Kürbis ist schon wieder ich nehme die Mütze aber Schädel ich habe richtig die Schaden Leon heißt nicht wo ich bin aber Westen Lorten der Schweinsteil so viele Tiere ich muss ja alle killen es mir ist egal aber ich mache sie mit meinem Zerschnitzler weil dann brennt dann muss ich nicht mehr so machen die Zuckerrohr aber die Rohr wir wollen immer einfach mit wir sind einfach mit Nein die Gönnen wir uns einfach zu Hause so die brauch ich gleich wo ist mein Wasserhahn? als ob das als ob der überhaupt erlebt hat aber okay wenigstens hat der Dingsbill-Wod die leute ich würde sagen die das ist sicherlich kosten ja auch noch nicht ich gehe einfach weiter egal wo ihr alles bleibt ich habe ein Hühnchen und die Schöpfung die als Helm oder Schuhe Prozent Schuhe ist er mehr mit um aber er ist halt die Art der Abbau um die sich die Art des Sturzpacht ich der Vorlieb ja die Städtchen nein er hat es so viel meinstig wir haben ganz viele Hühner gefunden das ist schon geil ich werde aber sehr viele mitnehmen damit ich erst mal fünf folgen oder so machen oder sogar erst warten muss bis wir ein live zu machen ich weiß sogar gar nicht ob wir den meisten machen ich weiß nicht mal ob wir bis dahin leben oder ob ich bis dahin überhaupt meine skills endlich mal durch eine kuh nein wir tun die tischten nein wir killen nein wenn wir noch eine haben wir unendlich leder so unendlich so wie die mit dem man sie sind weit weg sind immer noch weiter das weißt du das oder nicht es sind drei oder so ich kenne jetzt erst mal hier sind vier bis jetzt vier gesehen ich kenne eine eine habe ich was weiß ich merke was wollen wir jetzt nicht das kann doch nicht hier an die granitiger der droger mit dem euro auch keine lehre das schießt bis zum 2 machen wir ich habe auch die Hühner gezüchtet, ich bin noch grad Hühner am züchten Ja, aber wozu Hühner? Wir brauchen mehr, äh, Dings Kühe, ich so noch weiter ein Kühe Die Folge ist eh gleich zu Ende, von daher Ich kann grad echt mehr Hühnchen Die Folge hab ich natürlich auch nicht in mein neues Mikro, weil der Lehrer unbedingt wollt, dass wir drei Hühnchen voll miteinander machen Also aufnimmt Ich will auch immer weiter und immer weiter Tach, hier langsam könnte ich, langsam könnte ich Nahrung gebrauchen Ich hab ja Nahrung, aber ich such nach Kühl, meine Die du noch Oh, züchtig bitte da Du hattest ja irgendwo in andern Ort, der hat noch mehr Kühl gefunden Nee, hattest nicht Du hattest in meine Folge, du hattest doch gesagt Ah, Kühl, ich hab gesagt, alle Hey, wie so stemmen Hühner von Dingsboden? Nee, du hattest mir nicht zugehört Nee, du hattest mir nicht zugehört Ja, du hattest mir Ja, ich bin gerade am züchten Ja, aber du hast du noch andere Kühl gefunden oder nicht? Ja, weiß ich Gott gar nicht mehr Egal, ich bin jetzt Ja, klär einfach alle Bin ich jetzt ein Leder, bitte ein Leder, ein Leder Ja, ich hab zwei Leder bekommen, Leon, wir können zwei Bücher rausmachen Ich komm wieder zurück, ich hoffe, ich bin den Weg noch ansonsten an mir reingeschissen Und wenn ich dann wieder zuhause bin, oder eben nicht, dann warst du auch mit der Folge Und dann werden wir in der nächsten Folge in Nenner gehen und mal so riecht Also erst mal meine Wüste nachmachen, und dann hat er hoffentlich gefahren Und dann... Ja, ich wusste nicht Na? Schuhe für dich Nur Ja, ich hab mir noch ne Hose gemacht und Schuhe, weil ganz einfach Nee, das ist so so... Ich geh für dich gleich noch nachher nochmal fahren, also wenn ich die nächste Folge aufnehme Ja, aber dann geh ich bestimmt nicht alleine hier Dann geh ich in deine Richtung, da wo du gegangen bist, du bist doch noch hinten gegangen, oder nicht? Ich glaube, ich bin Richtung Wüste gegangen Ja, wo... Ja, Wüste? Wo ist denn Wüste bei dir? Dann sag ich dir nachher Okay Ich bin da, aber die Folge schon zu lang Oh, egal, ich muss nach Hause kommen Ich will jetzt nicht einfach so ausloggen Okay, leider ist noch Geld in der Nacht Ich bin in einem Wald und ich sehe auch... Okay, ich sehe unseren Berg, unser Wasserberg, denn ich bin in der Nähe Das, nee, das ist kein Kühlschrank, das ist nur Grashalm, wo ich geredet hab, genau, ja Ich soll das mal dir auch sagen Ich hab 27, äh, Hühnchenfleisch und vier Schweinefleisch Also easy, 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 lambos, frisidige Ein, ey, jetzt kommen die alle hierhin Ja, bist du nicht beim Sporn? Also bei uns? Also bei uns? Nein, aber das soll ich... Alle, hier, hier, Leon Kuscheln, ja, wir müssen kuscheln Kuscheln, kuscheln, kuscheln Oh, danke Und ich kann sie nicht auch nehmen Äh, Leon Nimm sie mal ganz kurz, ich muss mal eben an dem Tag Wir haben die, äh, Leute, die Folge sind auch gleich zu Ende Eben, der Fittar, ein bisschen Hier ist Leder und hier ist Redstone Und hier ist ganz vorder Und hier sind Knochen Und hier sind Federn Und hier sind noch mehr Federn Und da nehmen wir deine Schuhe raus Und da sind die Schuhe Und die werde ich anziehen, obwohl die Leon schon kaputt gemacht hat Egal, Leute Wenn ihr euch gefallen habt, gebt eine positive Bewertung Äh, tschüss Nein, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt ein Abo da Haut rein, Leute, und tschüss Werb und kommentieren nicht vergessen Nein Tschüss Okay